Musik Applaus für diese Leistung, 708, das ist die Superzeit von Boogie International. Das ist die Post-Strucks-Aug, wir wissen heute, ich bin der Golf-Fest. In der Zwischenzeit gibt es auch schon das Ergebnis vom Endlauf, 100 Meter, der Wender, es siegte Franz Ratzenberger, der Nummer war in 10,48, nur eine Hundertstelung, egalisiert seine eigenen Bestleistung. Zweiter Florian Kruger, Bundesrepublik.